hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von farmers fairytale ich stehe hier leider gerade auf dem verkaufswagen drauf ja in der letzten folge warum steht hier so ein symbol drüber aber da steht null dran okay in der letzten folge haben wir schon so einiges neues gelernt und heute wollen wir natürlich mit den quests weitermachen werter ist geschichte aber tröste dich ich habe natürlich noch junge arbeitswillige kühe im angebot bediene dich und vergiss nicht die bürgermeisterin erwartet mindestens eine kuh fürs ambiente sonst sonst flammen natürlich was ich lustig finde die kommt einfach so in diese welt rein und die nimmt das dann einfach so an das ist auch nicht schlecht kaufe großmütterchen hier macht die kuh drum sei nicht dumm und stehe nicht rum der nächste lyrik wettbewerb ist so gut wie gewonnen okay wir haben gerade mal 250 das ist natürlich schlecht wodurch haben jetzt überhaupt geld erhalten das weiß ich jetzt gar nicht so eine neue kuh abgabe schwere stahlprobleme deine neue lieblingskuh ist auch großmütterchens ellenors lieblingskuh welch eine ehre bertha ist geschichte aber eine erfahrene kuh ist der beste lehrmeister ok ich gehe zurück zu meiner farm meine freunde brauchen auch futter und pflege ich denke die junge bertha wird es gut bei dir haben besuche mich sobald du mehr tiere oder zubehör benötigst dazu muss ich erst mal geld haben oder die olle schon wieder ok wo kam sie jetzt her und da ist in dieser schönling da wie steht es um die wirtschaftlichkeit der farm ist sie endlich aus ihren dornröschenschlaf aus gewacht aber natürlich natürlich was glaubst du denn welchen zweck eine wirtschaftlichkeitsprüfung dieser art hat ja schikane würde ich persönlich antworten standardisiertes testverfahren wie professionell ja ich sag mal schikane macht dich doch nicht lächerlich ich handle im sinne der dorfsgemeinschaft auch wenn sie es nicht sehen wollen wenn die farm in der lage ist sich selbst zu tragen ist ihre existenzberechtigung gegeben vorerst natürlich dann beweise es und zeige mir doch mal die qualität deiner tierprodukte ok so die arbeit zahlt sich aus die dorfgemeinschaft steht hinter dir und die farm erwacht tatsächlich aus ihrem verträumten dornröschenschlaf gut gemacht dieser dornröschenschlaf war ja schon eher ein koma offensichtlich ist das eine rudimentäre farmerin aus dir geworden aber nun kato ich brauche einen richtigen namen äh sie braucht einen richtigen namen ich kann nicht für jede abgabe persönlich vorbeikommen der briefkasten braucht eine ordentliche beschriftung ich weiß nicht warum sie sich immer über den player beschweren ist doch schön wenn sie alle gleich heißen ich weiß nicht warum wir seit jahren immer wieder die gleiche diskussion führen namen sind identitätsstiftend sie geben orientierung und bieten dem einzelnen den ausdrucksraum den er verdient bitte nicht wieder den vortrag über name und identität bitte ich bleibe dabei gameplayerin ist ein guter name ich kann euch hören und ich weiß nicht ob ich gameplayerin heißen möchte doch weiß ich ich habe mich ja ebenso umgenannt dann gibt ihr einen namen irgendeinen namen oder möchtest du wirklich eine von vielen gameplayerin sein ja ich will die gameplayerin bleiben ja die erneute feuerprobe kann die farm unter deiner obhut weiter bestehen ok so ja ich habe mir aber schon einen namen gegeben bestätigen zack nein das nicht muss ich den jetzt ernsthaft ändern dann schreibe ich den anders hin so zack bestätigen nein ich will immer noch nicht meinen mein dings ach ich kann ja einfach rausgehen ok habt ihr das geklärt an wen kann ich die abgabeforderung ab sofort per post schicken die wahl fiel auf gameplayerin eine gute wahl wie ich finde gameplayerin also naja immer noch besser als karto so und neue post ist da hätte sie mir auch geben können aber egal wie man sich bettet so liebt man hallo glückliche seit jahren stand ein altes bett mit folgender botschaft im postamt für den neuen besitzer der alten farm glückwunsch das bist wohl du da es nun dir gehört wünsche ich dir viel spaß damit lass dich nicht von dem bettwanzen fressen ok das können wir aktivieren zack echt ein altes bett in einem briefkasten kein wunder dass das paket so unhandlich war ja vor allem wie kommt das bett in den briefkasten besuche deine wohnung um es darin aufzustellen meine wohnung hat dir denn noch niemand mitgeteilt dass das kleine häuschen hinter mir dir gehört karto was machst du ja eigentlich den ganzen tag äh ok was haben wir hier gestalte dein zuhause ah ok das muss man natürlich drehen weil so sieht das seltsam aus eins nach oben jetzt kann ich hier natürlich nicht gucken ich lass es mal ja schade dass man es nicht ganz mittig stellen kann aber ich lass es mal so stehen ok da ist nochmal ein kamin wer läuft denn hier schon wieder rum ich sehe hier gar nichts hallo ich kann mit dem gar nicht reden äh hallo bewegt dich ok keine ahnung was das jetzt war hey was machst du denn hier drin ich habe gehört du hast ein neues bett findest du es gruselig dass ich das weiß tja egal hast du schon herausgefunden was das gute teil so alles kann ja dank dem kleinen helfer nein woher dann auch richtig das hatte ja noch niemand erklärt lass uns das ändern am rechten unteren bildschirmrand findest du deinen kleinen helfer in form einer lupe diese kannst du auf dieses objekt in der welt oder auf deiner bedienoberfläche ziehen um weitere informationen zu erhalten lass es uns anhand deines bettes ausprobieren ok so setzwert setteile setteile hocker rustikaler tisch ohrensessel erhöht die maximale ausdauer und schon waren die infos wieder weg verbessert die spezialfähigkeiten aller dekoration in diesem raum ok perfekt schlafen wirst du hier nicht deine ausdauer was auch immer wow da denkt man man hat ein bett und eigentlich ist es eine ausdauer wundermaschine ganz schön toll oder übrigens alle dekos und einrichtungsgegenstände bringen dir vorteile im spiel es gibt verschiedene arten an dekoration belohnungsdeko imantardeko stärkungsdeko und deko die einfach super aussieht ok sammle sie und gestalte deine residenz und auch deine farm wie es dir gefällt herzlichen glückwunsch neue spielinhalte wurden freigeschaltet dekorateur exterieur ok ach das ist der hier wahrscheinlich das bett ist nett das reimt sich und was sich reimt ist gut und noch besser ist der sanfte lavendel duft und die wunderschöne farbe meine lieblingsfarbe jetzt übertreib mal nicht das lausige bett da und jetzt fang an dich um dich selbst zu kümmern mache dich mit der feuerstelle vertraut das ist der offene kamin in deinem zuhause und er kann mehr als nur abartig romantische stimmung zu verbreiten aber fackel vielleicht nicht gleich das ganze haus ab wäre ja zu schade ok schauen wir mal ah ok wäre ich du würde ich mir ja ein paar snicks anbieten ja aber du bist nicht ich also biete ich dir auch nichts an ähm stockbrot ok stellen wir mal stockbrot her das dauert ja ewig darauf will doch kein mensch warten zumindest ich nicht das ist nie mein problem so machen wir erstmal noch keine neuen so gegenstände übergeben ja oh jetzt habe ich es nicht gelesen so genug zeit verschwendet ich werde mich auf den weg ins rathaus machen falls du im dorf daran vorbeikommst bleib ruhig fern schau dich in deiner wohnung noch etwas um vielleicht siehst du etwas spannendes ah was ist hier gerade alles moment statue ist frei begleitest du mich noch nach draußen triff mich bei deinem stall ich will dir etwas zeigen ok hier habe ich jetzt aber nichts neues doch mais am spieß ok kann man da auch sehen ah verkaufspreis 12 gold ah 15 gold da kommen wir der sache doch schon mal näher sehr schön dann mache ich doch mal eins noch achso ich habe ich habe nicht genug weizen ok kann ich nicht ausdauer muss ich gerade auch nicht herstellen was ist das hier pinwand an der pinwand kannst du jederzeit deine beliebtheit bei den einzelnen bewohnern und deren aktuellen aufenthaltsraum ja weg war es ähm herrollt habe ich eine gute naja zur bürgermeisterin nicht das ist klar ähm mit der sollte ich mich dann vielleicht doch ein bisschen freundlicher stellen ok versperrte brücke das sind dann die errungenschaften und das keine ahnung was das ist auf jeden fall bin ich auf 289 ich denke mal das sind alle die jetzt in steam spielen oder so ich weiß es nicht genau ok wir gehen jetzt erstmal raus ich gehe mit dir wohin du willst auch bis ans ende der welt wenn du mich klickst keine ahnung was ach mit dem wollte ich doch mit dem wollte ich sprechen oder wie hat er eigentlich gesagt am stall oh meine kuh die dreht grad ein bisschen durch ähm ne ich sollte mit herol sprechen sie sind wohl wirklich unsere rettung sie haben die wirtschaftsprüfung mit bravour bestanden wenn ich das richtig gesehen habe hatte die bürgermeisterin sogar ein lächeln auf den lippen ein lächeln also da habe ich wohl gerade weggeschaut ja so wenig sauer wie ich sie selten erlebt habe was halten sie davon noch mehr zu entdecken wollen sie mit mir zusammen einen kleinen ausflug ins dorf unternehmen ich würde sie gerne mit ein paar bewohnern des dorfes bekannt machen folgen sie mir nein 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 wir müssen erstmal mit dem anderen sprechen ach da ist er ach dann habe ich das hier freigeschaltet oder hallöchen großmütterchen ellenor hat mir geflüstert dass du noch gar nicht die feinheiten der wunderbaren tieraußendekoration kennst das können wir schnell ändern sie im fall dem baby heuhaufen die kühe mögen ihn wohl sicherlich ganz wunderbar aber wie bekomme ich denn jetzt an diesen sagenhaften baby heuhaufen der kühe und vielleicht auch besucher vor und zücken hüpfen lässt woher nehmen wir nicht stehlen fragst du dich das silo ist die lösung für dieses moralische problem bau deinen heuhaufen einfach selbst na kommst du ok das ist das silo ok nein ich brauche gras und zwar 15 mal warum 15 mal weiß ich nicht aber egal wo kriege ich jetzt gras her ist es das hier kann ich das pflücken ja einmal oje oje was ist hiermit ach das brauche ich nur anklicken ok perfekt da war doch gerade auch noch gras äh hallo das kann ich machen das andere nicht ok muss ich jetzt nicht verstehen aber gut ja jetzt dürfen wir erstmal in der gegend hier rumlaufen und gras pflücken das ist natürlich schon ein bisschen ähm ja warum da immer nur einmal gras rauskommt weiß ich aber auch nicht ich weiß gar nicht wo nochmal 3 ne 4 ich hab keine ahnung wie viel ich jetzt hab 5 mal habe ich ok 5 mal habe ich ok dann müssen wir den rest auch noch besorgen äh kristalle habe ich da ja habe ich auch bekommen was ist das denn hier können wir gleich auch mal gucken äh 6 oder 7 mal habe ich jetzt ich weiß es gar nicht mehr ich bin hier schon total abgelegen ah ok ich weiß nicht warum ich jetzt einen stock mache also irgendwas mit dem stock benutzen kann so das nächste kann ich da jetzt direkt ah ok dann auch wieder das nächste und dann haben wir 14 einer fehlt noch nimm mir den so ah Schatzsucher ok gut dann jetzt erstmal wieder zurück lagern alles ein und stellen das her dauert auch nur 9 Sekunden ah das sind so viele Sachen die jetzt hier gerade wieder auf mich einprasseln das ist schon wieder Wahnsinn aber es ist zumindest einfach und gut erklärt das muss man ja auch dazu sagen so erfahrungsstufe ist gestiegen Heuballen wie kriege ich den Heuballen jetzt da rein war das gar kein Baby Heuballen hä ach das war Heu äh äh muss ich das doch hier irgendwie machen Dekorateur ok das verstehe ich gerade gar nichts mehr stelle Heuhaufen Baby her eins aber aber wenn ich im Silo bin kann ich nur diesen normalen das normale Heu herstellen kann ich mit dir reden und irgendwie mehr darüber erfahren hm einen Tipp sofort wusstest du dass Werkzeuge auf mehrere Arten bedient werden können du kannst sie einerseits aus deinem Inventar direkt auf das Ziel ziehen also zum Beispiel kannst du deine Axt auf einen Busch ziehen andererseits kannst du direkt neben dem Busch laufen und dann auf deine Axt klicken interessant oder nö nicht wirklich ah wie geht das denn jetzt ich hab keine Ahnung was ist mit dir denn eigentlich los hier du machst mich hier ganz buschig hast du Hunger oder ich geb dir mal was zu fressen so so ich geb dir nochmal was zu fressen der hat ziemlich viel Hunger hier so wahrscheinlich kann ich dir einen Heuballen hinlegen aber was ist denn hiermit das ist wahrscheinlich das Futter oder so ähm eins muss ich aber noch wissen nee nee geh hallo geh mal zur Kuh Fröhlichkeit und nein bleib doch mal da Fröhlichkeit und Liebe du bekommst ganz viel Liebe von mir ich weiß aber nicht wie glücklich also wie du glücklicher wirst ich meine du hast Fressen da oder achso ah das geht parallel zum Streicheln glaube ich hoch ok perfekt machen wir das hier auch mal eben auf Maximum so ok gut dann machen wir nebenbei äh pflanzen wir das ganze hier nochmal eben um so einmal das dann das noch neu drauf dann das und das warum hat die eigentlich ein Sternchen drauf ist die auf Mitte 2 oder sowas ich hab das jetzt gar nicht mitbekommen so das pflanzen wir auch neu so und hier zappelt der hier die ganze Zeit so oder ist das das hier oben was ich immer so anhört so was ist hier was es hier wohl zu entdecken gibt erfülle die Bedingungen und finde es heraus schreite in quest erstaunliche Entdeckungstour weit genug voran achso ok das können wir also noch nicht machen ja dann würde ich sagen gehen wir mit dem jetzt erstmal in die Stadt weil das ja mit dem Heuhaufen stehe ich irgendwie gar nicht ehrlich gesagt hier nochmal eben nach tja dekoriere deine Farm steht nur stelle Heuhaufen Baby her muss ich da jetzt noch mehr Heuhaufen machen oder so ich geh jetzt erstmal mit ihm mit so sie sind wohl wirklich ja das haben wir eben schon alles gelesen ja und wir möchten mitkommen zack ok bleibt doch mal stehen Eingang zum Dorf wurde freigeschaltet so erst in der Richtung ja willkommen beim Bauerngrün dem gemütlichen Wohnviertel des Dorfes hier finden sie zum Beispiel Shorties Pflanzenladen und Großmütterchen Elinors Farm folgen sie mir es gibt viel zu sehen ok nicht wundern die Durnen sollen Katzen abhalten bis die Bewohnerin wieder zurück ist wann auch immer das sein wird ach ja Haustier Haarallergie sie verstehen? was meinen sie damit? verschwinden hier Leute? nein nein machen sie sich keine Sorgen gehen wir weiter ich dachte an Urlaub oder Reisen jetzt mache ich mir wirklich Sorgen kommen sie jetzt es gibt noch viel zu sehen ok so Dornröschenschlaf mäßig oder wie? oje hier scheiden sich die Geister oder verzweigen sich die Wege unser Weg führt uns links zu Shorty und Großmütterchen Eleanor und da hinter dem Wagen liegt das Handwerkerviertel das prächtige Haus geradeaus ist das Rathaus unserer ehrwürdigen Bürgermeisterin naja Hallöchen macht ihr die berühmte Kato Tour? du wolltest mich doch sicherlich gerade vorstellen natürlich natürlich Harald das ist Gameplayerin die neue Besitzerin der Farm Gameplayerin das ist Harald du meinst Herold oder? nein nein Harald hat die wunderbarsten Waren und ist bei allen sehr beliebt es war mir eine Freude dich kennenzulernen Gameplayerin beehre mich doch bald wieder äh ja Harald der nicht Harald ist war schön nicht zu treffen weiter geht's passen sie auf hier könnten uns Großmütterchen Eleanors berüchtigte Gänse Bobsi 1 Bobsi 2 Bobsi 3 Bobsi 4 und Horst begegnen da fragt man sich doch warum der letzte Horst ist ich bin so sauer wirklich sauer wer macht sowas? äh hallo auch was ist denn los? ja ja hallo hallo siehst du es nicht? ich war gerade auf dem Weg zur Schmiede als ich dieses verfluchte Ungetüm auf der Brücke entdeckt habe wer vergisst einfach so seinen Wagen? wow das Ding muss weg aber wie? ohne neue Holzbalken wird das nichts du weißt nicht zufällig wie man Holzbalken herstellt? äh nein hallo haha wer soll dir denn beigebracht haben wie man Holzbalken herstellt? schließlich bin ich der super tolle Schreinermeister des Dorfes du und Schreinermeister? Pinus du sollst doch nicht lügen davon wird doch deine Nase lang ich lüge nicht ich habe den Bauplan von meinem Vater und weil ihr so gemein wart werde ich euch ihn euch nicht schenken bäh ich will genau 3.456 Dublon sonst bekommt ihr ihn nicht dieser Preis klingt irgendwie ausgedacht dieser Bengel ich schaue mal was alles zu tun ist und was machen wir jetzt? ich schlage vor wir unterbrechen die Tour und ich zeige ihnen wie man hier am besten an Dublonen gelangt folgen sie mir auf ihre Farm ah ne Moment wo ist er? doch das war der Zwerg das war doch der richtige ah Hilfe ok ok einmal zur Farm zurück einmal links einmal rechts könnt ihr mir jetzt mal euch entscheiden wo ich hin muss? achso das ist die andere Quest ah ok dann gehen wir hier hin Brett der Inspiration jetzt darf ich ran Vorschläge, Einfälle, Eingebungen und vieles mehr das Brett der Inspiration hilft weiter wenn ihnen die Ideen für Aktionen auf der Farm ausgehen probieren sie es aus nehmen sie eine Aufgabe an darf ich die vorher angucken? ah ok ähm pflanze 21 Weizen an ja das ist doch einfach was ist damit? ernte Gras ernte Weizen nehmen wir auch mal an pflanze Weizen ernte Stein Weizen ja klingt doch alles gut nehmen wir direkt mal einfach alles an ok ernte Steine da sind wahrscheinlich die einfachsten Sachen dabei ok also er sagt mir jetzt nichts mehr deswegen gehe ich mal davon aus dass ich jetzt erstmal was in die Richtung machen soll ich werde jetzt einmal mit euch eins durchgehen sprich ich werde jetzt mal eben die Steine ernten oh ich glaube da bin ich nur zweimal draufkloppen schon fertig ja perfekt abschließen prima ein Naturtalent und ist das der einzige Weg wie man an Dublonen kommen kann? nein natürlich nicht der gängigste Weg ist der fliegende Händler schauen sie er ist gleich hier fliegt er? ok da oben ich habe die Belohnung für ihre Aufmerksamkeit direkt in den Verkaufswagen gelegt ok achso ne Händler kommt in ein dressierter Händler wie praktisch merke ich mir wissen sie was? ich gebe ihnen ein jetzt aus jetzt ok äh das möchte ich aber nicht ich möchte gerne die 30 Sekunden warten und das behalten was ich gerade bekommen habe also wenn ich es richtig verstanden habe habe ich es zumindest gerade bekommen und da ich kristalle denke ich mal noch sehr gut gebrauchen werde beziehungsweise wohl noch öfter gebrauchen werde um irgendwelche Erweiterungen zu machen muss ich beziehungsweise werde ich das jetzt erstmal so ein bisschen hierbei sparen sind auch nur noch 3 Sekunden bis das Ganze zu Ende ist und flopp besonders gefragt ok ne das will ich nicht nein 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 ähm achso ich habe doch ich kann rein besonders gefragt plus 9 und ok 1 behalte ich aber noch so die Frage ist jetzt nimmt der das dann automatisch mit wenn ich das hier reinlege kann ich das so verkaufen ich gehe mal raus ich muss mal eben mit dem sprechen hier fantastisch das war wirklich alles was ich über das Farmleben weiß das Erbe meiner alten Großmutter ist aufgebraucht sie sind bereit diese Farmen in neuen Licht erstrahlen zu lassen zur Feier des Tages habe ich ihnen auch einen komplett neuen Satz Werkzeuge besorgt auch hätte ich mir gar nicht machen müssen na super ok was ist das denn hier ein Blumenstrauß herzlich willkommen ja schön die erste Führung durch die Welt von Farmers Fairytale ist erledigt du hast Wirtschaftsprüfungen bestanden und wertvolles Pharmawissen erlangt und doch liegen noch so viele Aufgaben vor uns die von dir gemeistert werden wollen ja das stimmt also dann es liegen noch so einige Herausforderungen vor uns gehen wir zu Grimli und schauen was zu tun ist ich hatte da übrigens einen Tipp für sie Wouter könnte ihnen bei der Beschaffung der geforderten Dublonen helfen hoffentlich hauen sich diese Streithähne nicht die Köpfe ein herzlichen Glückwunsch Dorfzugang versperrte Brücke Shorties Dilemma dekorativer Werkzeugschuppen Ausdauererbung habe ich zwar schon teilweise bekommen aber ok ah was bist du denn wuff 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 gerade für dich 10 Stapel mit Gegenständen tragen Verkaufswagen und Farmdrohbel liefern warten oder dir überall hin folgen süßsappern immer bei dir sein ok ich bringe mit muss ich den damit bezahlen das wäre scheiße ja ok ich hab's geahnt aber gut ich habe ihn jetzt freigeschaltet ja lebe in Luxus was soll's ja Erfolg abgeschlossen Sparfuchs Spare 1000 Dublonen wieso achso ich habe dafür was bekommen ah wie viel mache ich hier grad war das jetzt alles nein ich hab nochmal Spare 5000 Dublonen ok Erfolg abgeschlossen erhalte Dublon noch was ok wir warten mal ein bisschen vielleicht sind die Erfolge irgendwann durch güldene Aussichten war's das jetzt ok das war grad so süß Mist ich glaube ich habe ihn jetzt nicht mal von vorne bekommen ich wollte übrigens noch eine Sache eben ausprobieren wenn ich F1 drücke achso dann habe ich ja anscheinend ein Chat oder sowas ok 2 3 4 bringen mir gar nichts 5 und 6 auch nicht 7 8 auch nicht 9 und 10 auch nicht ok ich habe jetzt gedacht man könnte eventuell die ähm AU ausschalten ich weiß nicht ich hatte hier was gelesen aber ne das ist nur Audio die AU was erzähle ich denn hier Ui boah ich weiß auch nicht warum das unter Audio steht das ist 100% also wahrscheinlich dann nur die Animation oder sowas wenn ich die an und aus mache aber ich habe keine Ahnung wie ich die jetzt eigentlich an und ausschalten kann das habe ich bisher noch nicht gefunden das wäre jetzt schön gewesen wenn man so eine kleine Hilfe hier gehabt hätte aber gut ähm kannst du dich nochmal umdrehen ich würde gerne so ein schönes ja zumindest habe ich ihn mal von vorne ja das das war jetzt perfekt ha dieses Bild muss ich teilen um dann auch sagen zu können hey ich spiele dieses Spiel ja ich weiß das sind so alberne Kleinheiten Kleinheiten das war jetzt ein tolles Wort ähm Kleinigkeiten so aber da muss ich immer mal gucken also falls ihr das Spiel auch spielt beziehungsweise ähm spielen werdet oder ähm ja ihr später also nach dem Erscheinen auf dieses Video stößt dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen falls ihr wisst wie man die UI ausschalten kann um ein schöneres Foto zu machen ähm bis dahin befürchte ich leider dass ich sie nicht ausschalten kann ja ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen wir haben das Tutorial durch und ich bin echt gespannt wie es weitergeht ich bin gerade so ein bisschen ja gehypt wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt aber ich bin noch sehr sehr gespannt wie es weitergeht und hab gerade echt Spaß an diesem Spiel wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao